Der Faxe RapidMob ist ideal für die regelmäßige und häufige feuchte Wischreinigung mäßig verschmutzter Böden. Der RapidMob eignet sich für die Arbeit mit Faxe Holzbotenseife, Ölseife, Aktivpflege und Vinylreiniger. Die Bezüge haben eine Klettbefestigung und sind maschinenwaschbar. Durch einfachen Druck auf den Ventilknopf wird Wischlösung direkt vor dem Mob auf dem Boden aufgetragen. Der RapidMob kann mit einem knappen halben Liter Wischlösung gefüllt werden. Mit einer Füllung des RapidMobs lassen sich ca. 50 m² Fußboden schnell mal zwischendurch wischen. Durch den robusten Stiel aus Aluminium und das Kaderngelenk lässt sich die Mobplatte leicht und präzise führen.